Was braucht ihr? Erzählt mir, wie Varian und Tyrande ein wenig Geduld gelernt haben. Das kann Varian ja ganz gut gebrauchen. Gerade Varian. Ah, das kenne ich. Das war, glaube ich, mal irgendein Event oder eine Quest. Also irgendwas Wichtiges auf jeden Fall. Wenn euch bestand, dann hätten wir eine Quest-Pole. Stimmt. Das war das Ding, wo... Sie sitzen im Tempel fest. Lasst uns jetzt zuschlagen. Die Dinge sind selten so, wie sie scheinen, Tyrande. Und mein Sohn sagt, dass dies ein heiliger Ort ist. Ein weiterer Grund, ihn zu läutern. Sie verteidigen eine befestigte Stellung. Darauf lasse ich mich nicht ein. Wir werden sie herauslocken. Ich finde es auch schön, dass wir jetzt auf einmal Allianz-Leute sind. Das ist eine wertvolle Zeit. Die hat auch voll die Ninja-Highheels. So wie Zunade. Das passt sogar. Hallo Varian. Okay, mit dir nicht. Unterstützt die beiden Arbeitergruppen bei der Richtung ihrer Verteidigungsanlagen. Ihr drei seid meine Augen und Ohren. Ihr drei. Ausschwärmen. Verteidigung vorbereiten. Der König hat gesoffen. Ein Test. Eine Geduldsprüfung. Arbeit der Wachstum. Wird der Wolf sich wie ein Krieger verhalten oder wie ein König? Da ist noch was. Lass uns mit dem Typen reden. Was geht euch durch den Kopf? Warte, Freunde. Es ist an der Zeit eurer Verteidigung. Seid auf der Huft. Aufsitzen, Burschen. Geben wir uns unser Bier verdienen. So will ich das werden. Ach, diese scheiß Fliege. Jawoll, auf Ziegen reiten. Hallo? Moment, sind... Nicht alle... Sind nicht ein paar Zwerge bei der Hobbit auch auf Ziegen geritten? Also ein paar aufs Schwein, aber irgendwie kann ich mich an Ziegen ja auch erinnern. Keine Ahnung. Hätte er sein können. Ne, die sind auf Ziegen geritten den Berg hoch, oder? Stimmt! Komm mal, geil. Komm mal, geil. Lass sie in den Glauben, sie können gewinnen. Anspülen, aber ich glaub, da war der Film noch nicht raus. Ich bin außerreich. Okay, der greift nur uns an. Wenn der irgendeine... Leute, ich kann auch ignorieren, dann greift nämlich auch noch an. Schon wieder. Nachtelf? Achso, siehst aus wie Nachtelf. Ich bin ein Drehnei. Schon wieder ist noch cool. Hast du auch so'n Hammer bekommen? Ja. Cool, dann können wir beide direkt fertig machen. Glaub ich. Hi. Wie geht's? Leg mal los. Nicht drauf los. Lasst sie den ersten Fehler machen. Ah, okay. Hast du auch eins gemacht? Nee. Nein. Ich bin aber da... Gut. Okay, Nahrung sammeln. Dann gehen wir mal Nahrung sammeln. Oder... Wir müssen eh einfach nur irgendwas töten, oder? Ja. Ah, ne. Es gibt auch Lootsachen, genau. Die Wurzeln nämlich. Und was das da vorne ist, also dann... Hier ist so die Warcraft 3-Kampagne gerade. Oh ja, die Flute. Oh, da kann auch alles. Oh. Schnell den Pferdkirchen hervieren. Hol'n noch das Erz, dann gehen wir den ersten mal helfen. Ah, ich seh auch Erz auf der Karte wegen Minenarbeit. Da Dingens... Zeug. Sumpfmoder! Ich muss noch weiter sammeln. Wir verschwenden unsere Zeit. Lasst uns endlich zuschlagen. Der König kannte ja einen kleinen Schuh geduld. Gerandet nicht. Schön euch zu sehen. So. Dann töten wir noch was. Zwingt sie ein Engpist. Lasst sie in dem Glauben, sie können gewinnen. Komm, Krasari-Pirscher. Das töte jetzt mal ein paar Elite-Gorillas hier. Dann kratzen sie ein paar. Drei Stücke oder so. Ah, es sind sogar noch ein paar mehr. Komm mal her, zu mir bitte. Ich pull' gerade ein bisschen viel. Ich pull' auch noch deren Chef. Okay, ich kann nicht mehr. Okay, ich brachte trotzdem nicht. Da renne ich gar nichts. Ich kann nicht noch mehr davon tragen. Warte, ich kann nicht mehr Fleisch tragen. Ich kann nicht noch mehr. So, komm mal hier kurz her, zurück. Hier ist noch Fleisch drin. Da. Gut, jetzt muss ich wahrscheinlich Eisen suchen, oder? Was? Lasst sie für jeden Zentimeter bezahlen. Tobi? Hm? Brauchen die noch Eisen? Was brauchen die denn da? Ich weiß halt nicht. Noch Holz, Eisen und liegen auch auf einem Tütt irgendwie Blindgänger rum. Die kannst du auch aufhören. Blindgänger? Ja, Kanonkugeln. Ah. Ich bin ganz ohr. Ich verstehe, ich verstehe. Ah, okay. Ich hab's gesehen. Dann geh ich mal ein bisschen Eisen holen. Ich seh, der hat ja auf der Karte. Nimm. Guter Mann. Dummungskanone. Ach, okay. Zwergen sind erledigt. Zum nächsten. Ältester Adler. Okay. Nutzen alle verfügbaren Mittel. Gewährt ihnen keinen Ausweg. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. So, zu essen... und Holz hab ich. Für die Herren. Achso, stimmt, die Gingos sind ja auch unsere Homies dabei, aber ja, was. Der Fluss fließt, wo er fließt, müssen sie rauskommen. Cool, die reiten auch auf diesen Wasserläufern. Sie reiten sogar übers Wasser. Der eine schwimmt. Der weiß anscheinend nicht, wie sein Mon funktioniert. Hier, ich mach's dir vor. So, Trottel. Ah, ich seh schon nach vorne links. Oder? Was ist das denn hier? Zwingt sie in Engwässer und lasst sie in dem Glauben, sie können gewinnen. Ach, die lassen sich direkt an der Front nieder. Ja, wofeinde die Arbeiter bedrängt, kommt die Produktion, dann still kommt, bis die Gefahr gehoben ist. Ich werde keine Allianzleben verschwenden. Nur ein absoluter Sieg ist anzitabel. Ich werde keine Allianzleben verschwenden. Ich werde keine Allianzleben verschwenden. Ah, kommt grad schon. Oder ist der da zu essen? Ne, ist trotzdem nur ganz normales zu essen. Wo denn? Wo? Wo? Hier ist nix. Ich fühl mich verarscht. Hallo. Dieses Gebiet gehört uns. Lasst sie für jeden Zentimeter bezahlen. Ach, da sind sie einfach. Was? Ich weiß aber immer noch nicht, was wir da mit dem Pulsen machen sollen. Ich buffse nochmal. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch diese Pilze. Blasenstachel. Ich hab keinen Plan, was das ist. Moment. Irgendwie wird das noch draus. Okay, mal so ein Wassergeist. Mal ihn siehst. Ich hatte noch Hebradein. Mehr als 3 geht leider nicht. Hier ist ein Wassergeist. Nutzt alle verfügbaren Mittel. Gewährt ihnen keinen Ausweg. Das ist zu weit entfernt. Ja. Ne, Pandaen war noch da. Vollständig. Das ist ein Holzstab. Achso. Das ist zum Abgeben. Ich geb nochmal Schmerb. Achso. Ich wollt grad sagen, wo sieht der denn ihren Draen? Aber ich bin halt einer verkleidet. Ja gut, dann warten wir jetzt die 6-4%. Wir lassen uns aus dem Tempel heraus. Gut. Das bedeutet, dass sie bald die Nerven sind. Sie kommen. Verschanzt euch hinter den... Lassen Schwäche. Blup, blup, blup. Allianz-Hunde. Wo sind eure Zähne? Komm und sie nach, Feigling. Hier ist keine Armee. Nur eine Handvoll Helden steht zwischen dir und dem König von Sturmwind. Was ist der da oben? Hast du etwa Angst? Grunde nach vorn! Angriff! Oh! Da kommen ein paar viele. Wo ist eine Falle? Wird ja jetzt irgendwann passieren, oder? Das müsste eigentlich sein. Oh, er haut aber auch wieder ab. Grunde nach vorn, wenn jetzt der andere vorbei ist. Wobei wir können ja einfach laufen lassen und in der Zeit, bevor wir ihn geguckt, nicht mehr da machen. So. So. Das stimmt nicht. Werden die alle einfach freien gelassen? Wo ist das total? Ich spiel's aber, ich spiel! Ich spiel's aber, ich spiel! Ich spiel's aber, ich spiel's aber. Ich spiel's aber. Ob er den zu Varian zurückbringen können? Wenn man was hat... Varian schießt einfach nur rum. Das ist schon die letzte Phase. Ah, wir sehen uns mit einer potrzebencji, das ist schon genug AAAAR! Also, er게요! Also hier gehen wirkgiãoFF lean sessionern. Doch,ja, ja. Alright. Ayd's... To infer CS madam, warum ich nur gew+. Dann bekommt er noch hurdles SG! Grrr XY! Das ist wedding Wirkliche von SturmENT Oberflut. wurde wieder hergestellt der Sieg ist unser und nicht ein Tropfen Blut wurde auf diesem heiligen Boden vergossen ich hätte den Tempel erstellt viel mehr Leben während meinem ungestimmt zum Opfer gefallen es gab eine Zeit hätte ich dasselbe getan aber über die Jahre habe ich viel gelernt ich bin auf zu viele von Garrosh Tricks hereingefallen von jetzt an bestimmen wir die Gefechtsumstände ich mag kein Politiker sein Tyrande aber ich bin ein Kämpfer und wir können diesen Krieg gewinnen wir müssen zusammenhalten ihr müsst mir vertrauen darauf dass ich das Richtige tue gemeinsam können wir nicht verlieren jetzt verstehe ich unsere Streitmacht untersteht euch Hochkönig möge dies der erste Fehler Siege sein das Schwert ist die Waffe des Kriegers aber Geduld ist die Waffe des Königs heute wurde ein Sieg herum aber schwierigere Prüfungen werden folgen so GG hat auch nochmal seinen Senf dazugegeben es kommt aus ab und es geht so es geht so bei uns